Ich bin gerade dabei, die Kugellager von meinem zweiten Paar Freelance-Skates auf Vordermann zu bringen. Und da ist mir aufgefallen, dass zwei von den Kugellagern sich nicht mehr richtig drehen. Und manchmal habe ich die auch schon sauber gemacht in Orangenlösung und ich habe die geschüttelt und ich habe die nie wieder richtig hinbekommen. Was ich früher gemacht habe, ich habe die einfach ausgetauscht. Das wollte ich jetzt aber bei denen nicht machen, weil das sind besondere. Das sind Keramik-Kugellager, die angeblich wasserdicht sind. Also die halten es aus, wenn man damit im Regen fährt. Und ich habe die auch schon im Regen benutzt und bin eigentlich zufrieden damit, dass die noch ziemlich gut funktionieren und nicht zu rosten scheinen. Deswegen wollte ich die nicht austauschen und habe geguckt, kriege ich die vielleicht noch irgendwie wieder hin. Und mir ist tatsächlich ein Weg begegnet gerade. Einfach durch Experimentieren habe ich herausgefunden, ich kann die auf den Tisch hauen. Und dann lösen sich da die kleinen Brocken oder so, die das verhindern, dass sich die in diesem Kreis, die Kugeln richtig drehen. Also nur mal zum Vergleich. Ein funktionierendes Kugellager, das sollte sich zumindest mal so drehen. Achtung. Ist auch nicht unendlich lange, aber es geht auf jeden Fall. Und jetzt habe ich noch ein zweites, was nicht so besonders ist. Ich gucke mal, ob man, also ich glaube, man kann es hören. Also dreht sich vielleicht zwei Umdrehungen oder so. Und jetzt wollte ich einfach nur mal zeigen, wie ich das hinbekommen habe. Einfach nur durch Experimentieren habe ich das gerade hinbekommen. Also, was ich mache. Erstmal, ich habe das große Glück, dass das Gummischild ist. Das heißt, ich kann die beide rausnehmen. Ich habe hier eine Stecknadel, mache die hier innen rein, schiebe das hoch und löse. Ich löse erstmal die Schilder ab. Was übrigens mit einer geraden Nadel viel besser geht, als mit der Sicherheitsnadel, die ich vorher genutzt hatte. Und jetzt drehe ich einfach mal und ich merke, da geht nicht viel. Ich kann dir das zeigen. Da werden irgendwelche Bröckchen drin sein. Und was ich eben erstmal gemacht habe, ich habe sie erstmal so aus einem... Leute, nicht, aus so einer Handhöhe einfach mal gezielt fallen lassen. Und was mir da schon mal positiv aufgefallen ist, hier liegt so ein... Das sieht man bestimmt nicht auf der Kamera. Liegt so eine Art Eisenstaub, also so ein Dreckstaub, so ein ganz feiner. Und dann habe ich das Ganze hier nochmal ein bisschen doller gemacht. Jetzt mal gucken. Also, dass ich schon mit Kraft die Dinger auf den Tisch haue. Ich hause nicht so doll, dass das irgendwie kaputt geht oder so, aber Ziel soll sein, alles was da gegebenenfalls sich lockern kann, dass sich das auch wirklich lockert. Und zwischendurch drehe ich mal ein paar Mal. Ah, schon ein bisschen besser. Ah, wird besser. Schon besser als eben. Ich mache mal noch ein paar. Hä? Fast wie neu. Na gut, noch nicht ganz. Ich mache mal noch zwei. Ich bin mal richtig. Hey, das ist ein Riesenunterschied. Ich werde die gleich noch richtig in Orangenreiniger sauber machen, so wie ich es in meinem anderen Video lange, lange gezeigt habe. Aber ich bin schon mal zufrieden, dass das Ding schon mal nicht mehr, oh, jetzt fällt mir alles um, dass es nicht völlig unbrauchbar geworden ist. Einfach nur auf den Tisch hauen. Netter kleiner Trick am Rande.